Das baue ich mal zu da oben. Das ist mir schon wieder zu riskant. Zack, hier kommt vielleicht ein Fäckchen hin. Da vielleicht auch. So und her damit. Ach ist das schön. Ein bisschen Eisen schadet doch nie und da können wir vielleicht wieder Zug bauen. Ja, so auch. Sonst könnte ja noch ein Creeper durchfallen. So was hatten wir da oben. Okay, die hier dürften nichts ausmachen, wenn wir die wegholzen. Und die Sicht etwas erleichtern uns. Das hier dürfte auch noch nichts machen, okay. So, dann hätten wir hier den ganzen Raum mal etwas vergrößert. Beziehungsweise übersichtlicher gemacht. Da oben hat man Kohle in der Decke. Ah, die brauchen wir nicht. Ich brauche die Spitzhacke und hier die Schienen. Was haben wir hier? Hier kann nichts runterfallen, oder? Bin mir da nie so ganz sicher. Sicher sein kann man sich hier in Minecraft schon lange nicht mehr. Von dem her, ein bisschen Glück ist auch im Spiel. So, wieder die Spitzhacke her. Guckt mal, was wir hier alles haben. Kohle und Eisen. Wobei wir uns auf das Eisen und auf die Schienen spezialisieren erstmal. Ach, aua. Ah, wir haben noch eine. Sehr gut. Das ist ein ziemlich großes Vorkommen an Eisen, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Blub, blub, blub. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was haben wir da noch? Da haben wir noch was. Ui, da ist noch mehr. Gib mir her den Speck da unten. Esst ihr eigentlich gerne Speck oder so? Seid ihr eigentlich so die Fans von Speck oder fettigem Fleisch oder so? Also ich persönlich kann das ja gar nicht ab. Bei mir muss alles immer mager sein und möglichst Hähnchen und so weiter und so fort. Und ich mag irgendwie kein Fett. Das ist irgendwie... Ah, ich weiß auch nicht. Das fühlt sich irgendwie schon auf der Zunge so eklig an. Wie, als würde man auf einem lebendigen Stück Fleisch rumkauen oder... Ah, nee. Ein Fall ist das nicht. So, was haben wir hier? Okay, hier ist nichts mehr. Die Kohle wollten wir hier liegen lassen. Die haben hier was rausgekloppelt. Da haben wir was rausgepeterklöppelt. So, wo geht's da lang? Schaufel. Gehen wir mal da oben lang gucken. Und aufpassen, dass uns nix besucht irgendwo. Eieieiei, ist das schon wieder dunkel hier? Ich seh schon wieder nix mehr. Boah, da kommt ein Creeper. Äh, hallo. Oh, da kommt rumgelugt, der feine Herr. Na und jetzt? Muss natürlich auch immer gucken, ob was von hinten kommt. Hallo. Geh mal ganz getrost... Äh, dich um die Ecke bringen. So, ach, hier haben wir wieder eine schöne, große Höhle. Das gefällt mir doch besser. Wie solche Minen irgendwie. Ich weiß nicht, so Minen... Mal sind die ja ganz gut, aber wenn die sich dann so ewig und ewig in die Länge ziehen immer... Man hat einfach irgendwann mal genug von der ganzen Minenreihe. So, was haben wir hier? Fackel? Ist hier jemand? Oh, da lief doch grad was rum. Ja, aber ich glaub, hier kann nix hochkommen. Geh ich jetzt mal davon aus, ganz stark. So, jawoll. Ja, wie weit geht denn die Höhle noch? Wie groß ist denn die Höhle noch? Herr Jemine. Und Straußenfilet. Und was es nicht alles so für Sprichwörter gibt. Okay. Den Gravel entfernen wir hier mal mit unseren fein-chirurgisch abgestimmten Handgriffen. Oh. Schaufel im Anus. Egal. So. Mhm, mhm, mhm. Oh, geht's hier etwa raus? Ach, guck einer an. Ist ja interessant. Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz. Kurz husteln. Wow, aua, natürlich, natürlich, natürlich. Jetzt pass mal auf, Skelett hier. Jetzt komm mal hoch. Da kriegst du erstmal paar vor's Brett gelangt, wenn du das nochmal machst. Was sagst du denn jetzt hier, wenn wir sowas machen, hä? Kleines Mistviech, du. Ja, steck dein Ding wieder ein, Mann. Lass mich in Frieden. Oh, jetzt wird's hier draußen dunkel. Das ist nicht gut. Ausleuchten. Was haben wir da? Hier geht's auch noch rein. Ach, Herr Jemine, was haben wir denn hier alles entdeckt, Feines? Das hier sieht auch cool aus. Echt cool gemacht hier alles. Was heißt cool gemacht? Das ist ja nicht mit Absicht so gemacht von den Entwicklern, sondern das basiert ja alles auf dem Zufallsprinzip. Ach je, hier haben wir viel Eisen und alles. Wow, guckt euch dieses Teil an hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich glaube, wir finden hier nie wieder zurück. Also wir wissen jetzt schon mal, wo die Oberfläche ist. Wir können uns wieder nach Hause bahnen. Aber zurück in die Untergrundbasis finden wir da noch? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, ich weiß, Höhle. Hatten wir hier nicht irgendwo Eisen oder nur Kohle? Ich glaube, hier war nur Kohle. Ja, toll. Hey, du warst die. La 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 la. So, bringen wir hier auch mal Licht ins Dunkel. Zumindest so halbwegs. Hier haben wir jetzt keine Schaufel für. Egal. Der Gravel erst mal. Mit Gravel weg. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Aua. Voll im Kopf mein. Es gibt da ein paar aufs Fressbrett. Das Wechsel, ne? Aua. Jetzt kommt der. Aua. So, vielen Dank. Sollten wir da was essen. Ich könnte fast wetten, dass der Wasserfall von oben kommt. Ja, also von wie weit oben, weiß ich jetzt natürlich weniger. Ja. So. Aua, 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 aua. Hui, hui. Ach, lassen wir uns mal runter treiben. Hui. Wildwasser fahren. So, scheiß drauf. Wir nehmen uns hier das Eisen mit. Zack. Und da noch. Hui. So. Was haben wir denn jetzt noch hier? Alles Feines. Hui, da drüben. Guckt euch das mal an. Eisen. Das brauchen wir. Auch wenn es nur eins ist. Schade, schade, schade. Was konnte ich? Doch, habe ich aufgesammelt. Ich dachte gerade, hä, schon wieder leer? Alles, äh, was ist, was? Wie, was, wo, was? Was wollt ihr, Mann? So, jetzt haben wir hier noch. Einen kleinen Abstieg. Halt, ich wollte ja mal was essen. Ähm, Holz, du kannst weichen. Dem Steak. Boah, jetzt dachte ich gerade, ich wäre angegriffen hier. Ein komisches Steak-Ess-Geräusch. Ah, von hinten kommt nix. Immer versichern. Jetzt wechseln hier schon wieder Pilze. Feines Ding. Uiuiuiui. Ist auch dunkel wie ein Bärenarsch. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nein! Hören wir doch einer auf. Bleib weg, bleib weg. Machen wir Fackeln. Nein, nicht mit Holz. So, ja, toll. Acht Fackeln. Ist ja die Welt. So, ich glaube, der Zombie war irgendwo nebenan. Dann können wir uns hier erstmal in Ruhe das Eisen rausholen. Ja, Zombie, du warst nebenan. Du warst nicht hier bei uns, ne? Also du hältst dich schon auf Abstand, weil du genau weißt, wenn du auf uns zukommst, kriegst du mächtig eins vor das Brett gelangt. Und dann ist mal eben Feierabend für dich. Und du willst ja auch noch ein bisschen leben, ne? Du willst ja noch ein bisschen was vom Leben haben. So, wir haben jetzt hier die Axt. Ähm, ich setze mal hier Fackeln hin. Sieht auch mehr wie gefährlich aus. Ui! Okay, da draußen ist auf jeden Fall der Himmel. Ach, das scheint der Wasserfall zu sein, den wir gesehen haben. Nein, ich wollte doch nicht so. Ich wollte... Ach, so. So, ja, ja. Wir wissen ja Bescheid, dass du da bist, Mann. Lass uns in Ruhe, Mann. So, jetzt geh weg hier. Ich tue mal hier noch das Eisen rauszimmern. Ja, immer die gleichen Sprüche. Ich kann ja nicht mal was anderes labern hier. Immer. Ich hau mir das Eisen raus, ich hol mir das raus. Ach, Leute. So, was haben wir denn hier noch? Okay, nix. Ui, ach ja, ich wollte hier hier lang gehen. Genau. Achtung. Sichern, dass von oben nix kommt. Und dann geht's hier weiter. Bam! Fackeln geklatscht. Hingefeuert, den Dreck. So, ich mach mir mal noch ein paar Stickies. Zack, 16 Stück. Da können wir das... Das eine Holz können wir gar nicht verarbeiten. Mit in einen anderen Stack einfließen lassen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hallo. Hallo, Creeper. Hau bloß ab, Mann. Mann, oh Mann. Ist hier noch jemand. Noch jemand, der auf die Fresse haben will. Och nee. Das ist auf jeden Fall ein Enderman-Geräusch. Die klingen jetzt so komisch nach Eule. Nehmen wir an, das ist alles unter uns. Alles unterirdisch hier. Alles unterirdisch. Alles verhöhlt hier. So, und wisst ihr, was wir eigentlich mal machen sollten? Wir sollten wirklich mal unseren ganzen Scheiß-Dreck, den wir jetzt gesammelt haben, in Sicherheit bringen. Oh. Weil sonst ist schnell mal Feierabend. Boah, kack Enderman, Mann. Ich habe Angst vor den Viechern. Wo ist hier der Enderman, Mann? Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich habe Angst. Ich will jetzt nicht hier runter, Mann. Ich habe Angst, Mann. Ah, mit der Spitzhacke Erde abkloppen. Da sind auf jeden Fall Creeper. Kommen die hier rein? So, einer ist erledigt. Ich mache mir hier sowas hin. Dann können die Creeper nicht rein. Ich bin zu schlau für euch. So. Wir können ja nichts. Oh, doch, von da oben kann was. So. Was haben wir hier? Okay. Die hängen schon überall Fackeln. Wenigstens was hier, Mann. Ach so, das ist... whoah. Bis zum nächsten Mal.